Ich habe die Kamera auch noch immer weitergekommen. Na? Ruhig bleiben, Sohn. Hallo, meine lieben Puschels. Heute ein Video mit meinen beiden Söhnen. Na, ihr kleinen Süßen. Wir haben gerade hier alles aufgebaut und sie haben sich direkt schön in den Mittelpunkt gedrängt. Ne, so seid ihr. Und tschüss, der eine ist schon weg und der andere wird wahrscheinlich hierbleiben. Möchtest du vielleicht auch mal gehen? Hm? Danke. Nein. Salem, hallo. So, wir wollen jetzt das Video anfangen. Guck mal hier. Ich setze es hier hin. Und zack, geh hinterher. Oh mein Gott. Wie brutal er es auseinander nimmt. What the fuck? Oh mein Gott. Es ist er unter den Tisch gegangen. Es ist hochgegangen, hat sich den Kopf gestoßen. Oh mein Gott. So, okay. Los geht's. So, mein lieben Puschels. Heute haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Video, in dem ich euch alle aktuellen Farben aus dem Shop zeige, dann unsere neuen Pinsel vorstelle, Glitzer vorstelle, unsere Prinz zeige und die Boxen und so meine Favoritenfarben einmal vorstelle und ein paar euer... Bist du gleich fertig, Puschel? Der nimmt gerade Kartons auseinander. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, es wird so ein richtiges Dauerwerbesendungsvideo heute. Ich meine, wir haben es ja sonst auch immer in der Ecke stehen, weil ich schminke halt mit unseren Farben. Offensichtlich ist es halt irgendwo Werbung, weil... Ständige Störungen hier, weil es halt unsere Produkte sind. Genau, deswegen steht hier sonst auch immer Dauerwerbesendung. Da hat nämlich ein paar gefragt. Und apropos eure Fragen. Uns ist nämlich im Livestream aufgefallen, dass sehr oft immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden zu unseren Bodypainting-Farben. Ob man die mischen kann, wie man die am besten mischt und ähnliche Fragen der Art. Deswegen werde ich da mal so die häufigsten Fragen, die vorgekommen sind, zusammenfassen. Euch einmal ein paar Sachen erklären mit den Farben. Genau, und dann so meine Favoritenfarben raussuchen und ein paar Tipps für Anfänger, welche Farben man am besten bestellen kann und so weiter. So, kommen wir direkt erstmal zu unseren Farben. Es sind nämlich mittlerweile 32 Stück. Wir haben mit 12 Stück anfangs gestartet und dann alle paar Monate immer wieder drei dazugekriegt. Und ja, ist schon ein ganzer Haufen Farben mittlerweile. Ich hab sie hier mal. Wut, wird jetzt erstmal hier der Reihenfolge nach aufbauen. Dann geht's weiter. Hallo, du jetzt nicht hier. Komm, geh mal runter. Ich weiß, du magst die Farben, aber du musst gehen. Ja, du musst gehen. Hast du das gesehen? Nee. Er hat mich gebissen und legt sich jetzt hier einfach hin. Du bist so frech. So frech. Unfassbar frech. Da sind sie. Meine kleinen bunten Babys. Wir sind so stolz da drauf. Und es ist so mega cool, euch was anbieten zu können, was nicht einfach nur irgendwie random Merch ist, sondern womit ihr selber auch was anfangen könnt, kreativ werden könnt und euch gegenseitig inspirieren. Und das ist richtig, richtig schön mit anzusehen, wie viele damit arbeiten, wie viele überhaupt dadurch auf Face-Bainting kommen und sich da künstlerisch ausprobieren. Mega schön anzugucken. Ihr könnt gerne bei uns in den Discord kommen und da eure Face-Baintings reinposten, denn jeden Sonntag reagieren wir nämlich auf eure Kunst. Ihr schaut uns ja hier auf dem Kanal auch immer zu und deswegen wollen wir da ein bisschen was zurückgeben und nehmen uns sonntags immer die Zeit, einmal im Discord eure Face-Baintings anzugucken und gemalte Fan-Arts oder halt generell einfach schön gemalte Sachen gucken wir uns da auch an. Link ist unten in der Infobox, also kommt gerne bei uns in den Discord oder kommt zu Twitch, da sind wir eh jeden Tag online. Genau, ja, also die Farben werde ich mir jetzt nicht alle auf den Armen auftragen, weil wenn ich zu jeder Farbe was erzähle, wird das Video 10.000 Jahre lang und das wird sowieso schon sehr lang, glaube ich, weil ich sehr viel gleich quatschen werde noch. Wir werden aber auf jeden Fall noch ein Video machen, wo wir dann das Ganze so aufteilen, dass wir einmal die blauen Grün-Töne zeigen, die Braun- und Rot-Töne, dass wir so ein bisschen aufteilen, ich da ein paar Sachen zu sagen können. Und vor allem wollten wir eigentlich vier bis fünf Personen haben, die unterschiedliche Hautfarben haben, also wirklich von sehr tief schwarzer Haut bis ganz hell alles mal durchtesten, dass man sieht, wie die Farben auf verschiedenen Hautfarben wirken. Das finde ich auch ganz cool, ist aber Corona-bedingt gerade ein bisschen schwierig, vier bis fünf Personen aus vier bis fünf verschiedenen Haushalten aufeinander zu kriegen. Dann muss ja noch jemand filmen und ich muss dabei sein, das ist halt, ja, es wird kommen, nur es dauert halt noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich beantworte jetzt erstmal ein paar Fragen, die häufig gestellt werden zu den Farben, denn wir haben nämlich ein paar, die sehr ähnlich aussehen, die aber eigentlich doch komplett anders sind. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar sind das einmal hier die beiden Rottöne aus unserem Shop und zwar Red und Valentine Schimmer. Die beiden Farben wirken nämlich auf den ersten Blick gleich, also sehr ähnlich. Valentine Schimmer ist ein Taken kräftiger Rot, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Red ist so ein bisschen mehr Blutrot, aber es ist letzten Endes schon sehr ähnlich von der Farbgebung. Aber der große Unterschied zwischen diesen beiden ist einfach, dass Red ein dunkelmatter Ton ist und Valentine Schimmer, wie der Name schon sagt, so ein richtig schöner Schimmerton ist. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal auf der Haut aufgetragen. Und genau das Gleiche ist übrigens auch bei Purple Rain und Lavender. Lavender? Schimmer der Fall. Und zwar ist das auch im Grunde der gleiche Ton. Minimaler Unterschied, aber Purple Rain ist eben matt und Lavender Schimmer ist ein Schimmerton. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal auf meiner Haut die Unterschiede. Und hier sieht man, mit einem Strich hat man schon direkt eine richtig schöne Pigmentierung. Yeah! Liebe diese Farben. So, und jetzt sieht man es nämlich eigentlich. Ganz schön hier, das ist einmal Purple Rain, der matte Ton hier. Dann haben wir hier Lavender Schimmer. Es ist der gleiche Farbton, aber man sieht schon deutlich den Unterschied, dass das hier einfach ein Schimmerton ist und der hier matte. Aber im Shop sehen die halt ziemlich ähnlich aus. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch den Unterschied hier einfach mal auf der Haut aufgetragen. Und da haben wir das Red, auch ein matter Ton und Valentine Schimmer da in der Schimmerversion. Genau, da sind halt so ganz kleine Schimmerglitzer-Pigmente drinne. Und deswegen schillert das so schön. Und die sind halt eben matte Töne. Kann man auch gut in Kombination nutzen, wenn man möchte, dass nur ein paar Stellen glitzern, schimmern und der Rest relativ matt sein soll. Von daher passt das auch perfekt in Kombination, dadurch, dass es halt der gleiche Farbton ist. Aber hier, damit ihr einmal seht, dass da der Unterschied zwischen den Matten und Schimmertönen ist. Das kann man natürlich auch auf die anderen Farben beziehen. Wenn da ein Schimmer hinter steht, dann ist es halt dieser Glitzer-Schimmer-Effekt. Und wenn das nicht dahinter steht, dann ist es einfach ein matter Ton. Steht auch immer noch in der Textbeschreibung. Aber so habt ihr es jetzt nochmal gesehen. Vor allem bei denen, die eigentlich gleich aussehen, aber halt doch einen Unterschied haben des Schimmereffekts. Genau. Und dann haben wir noch die Töne Line White und Silver White with Glitter Schimmer. Und zwar sehen die im Shop auch relativ ähnlich aus, aber das Line White ist so ein richtig schön pigmentiertes, mattes Weiß. Und diese Farbe hier, Silver White with Glitter Schimmer, ist einfach nur so ein ganz leichter Hauch von Glitzer Schimmer. Ich zeige es euch einmal hier. Genau, hier einmal das Weiß in matt und pigmentiert. Und hier sieht man ganz viele kleine Glitzer-Pigmente drin, die richtig schön glänzen. Und da ist halt auch der Unterschied des Deckenmatten und hier einfach ein schöner Schimmerton. So, dann kommen wir direkt mal zu einer sehr häufig gestellten Frage. Und zwar, ob man die Farben ineinander mischen kann und wie man das am besten macht. Natürlich, ihr könnt die Farben alle ineinander mischen, wie ihr lustig seid. Ist ähnlich, sag ich mal, wie bei Wasserfarben, dass ihr die ineinander mischen könnt. Über und drüber malen, drunter malen. Das ist gar kein Problem. Zum Beispiel, so mache ich das immer. Ich nehme, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Grau mir anmischen möchte. Ich meine, wir haben zwar einen Grau bei uns im Shop, Dark Grey. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen helleres Grau haben möchte und verschiedene Abstufungen, je nach Painting, dann mache ich das so, dass ich mir die hellere Farbe nehme. Also, wenn ich zwei mischen möchte, die hellere Farbe nehme und die dunkle mir ein bisschen anmische und hier drinnen direkt reinmische. Ich habe jetzt hier gerade einen Deckel, den ich nach dem letzten Painting noch nicht sauber gemacht habe. Salem, nicht angreifen! Hey, hey, hey! Oh mein Gott. Ich habe jetzt hier einen Deckel, den ich nach dem letzten Painting nicht sauber gemacht habe. Und man sieht, es ist so richtig schön ineinander reingemischt. Und ich werde euch jetzt direkt mal zeigen, wie man das mischt und wie man es wieder sauber kriegt. So, und zwar nehme ich mir hier so ein bisschen Schwarz, viel Wasser dazu und mische das Schwarz mit ganz viel Wasser direkt hier in dem weißen Pöttchen. Und zwar so lange, bis ich halt meine gewünschte hellgraue Farbe habe. Und wenn ich mehr davon brauche, mische ich Schwarz immer wieder nach. Man kann zum Beispiel da jetzt auch perfekt Silver White with Glitterschimmer reinpacken. Dann gibt es so einen leichten Schimmereffekt noch. Das könnt ihr natürlich auch machen. Die matten Töne mit den Schimmertönen mischen, wenn ihr die so ein bisschen kräftiger Matte haben wollt. Aber trotzdem noch diesen schillernden Effekt. Dann ist das dafür auch mal ganz cool. Genau, und dann könnt ihr damit schon loslegen und das Ganze auftragen. Und wenn ihr die wieder sauber haben wollt, dann nehmt ihr euch einfach hier so stinknormale Feuchttücher. Und geht damit einfach einmal in den Farbdeckel rein. Zack. Und da ist es auch schon fast sauber. Das muss man halt so zwei, dreimal machen und dann ist die Farbe eigentlich wieder schön sauber. So mache ich das immer. Man kann hier natürlich auch einfach einmal so ein bisschen unter Wasser halten. Ein bisschen sauber machen. Dann Säber drüber kurz und dann ist es auch wieder strahlend weiß. Das mache ich tatsächlich sehr oft, dass ich mir das einfach so ineinander mische. Weil dann habe ich die Farbe, die da drunter ist, die helle, immer wieder direkt aktiv mit drin. Und muss immer nur ein ganz bisschen von der dunklen Farbe rein mischen. Meistens, wenn ich die Farben mische, mache ich das mit Schwarz und Weiß. Oder benutze halt Weiß und nimm Weiß für irgendeine andere Farbe, um die halt so ein bisschen aufzuhellen. Genau. Dann gab es ganz viele Fragen zu Maltechniken. Die werde ich euch gleich alle mit diesen wunderbaren Pinseln zeigen. Aber vorher noch einmal kurz zu den Farben, weil das wird nämlich auch oft gefragt. Vor allem auch von Eltern oder Leuten, die Freunden irgendwie Bodypainting-Farben schenken wollen. Aber die gar nicht genau wissen, hey, als Anfänger, was schenke ich denn demjenigen für Farben? Wenn man damit selber anfangen will, dann hat man meistens schon so eine grobe Idee. Aber für Leute, die ja jemandem Bodypainting-Farben schenken wollen, haben wir gemerkt, dass da ganz oft die Frage kommt, welche sind denn am Anfang am besten? Und da kann ich echt jedem Schwarz und Weiß auf jeden Fall empfehlen. Weil das sind die Farben, die am meisten benutzt werden beim Bodypainting. Die sind in jedem Painting drin. Mir würde kein Painting einfallen, wo ich kein Schwarz oder Weiß benutzt habe. Also es sind wirklich die Farben, die bei jedem Painting mit drin sind. Einfach, weil es halt für Verschattierungen, Highlights, Outlines und so die perfekten Farben sind. Also für Anfänger am besten Schwarz, Weiß und Rot ist auch noch eine der am meisten genutzten Farben. Da kann man zum Beispiel schon ein Skelett oder irgendwas mit Blut oder so schminken. Genau, das sind so die drei Hauptfarben. Und wenn man ein paar mehr Farben haben möchte für den Anfang, lohnt sich am besten, wie gesagt, Schwarz, Weiß. Und dann halt die typischen Regenbogenfarben. Rot, Gelb, Grünton und ein Blauton. Und da würde ich euch auch empfehlen, mindestens einen Schimmerton dabei zu haben. Einfach, damit ihr seht, wie die Schimmerfarben sich so zu den matten Farben verhalten. Und da seid ihr eigentlich dann schon perfekt mit aufgestellt. Denn für den Anfang kann man ja auch zum Beispiel Rot und Gelb mischen. Dann hat man direkt schon ein Orange. Klar ist das schwierig, weil gerade Pastellfarben, die kriegt man nicht so gut gemischt. Oder so einen Minty-Ton, kriegt man mit denen auch nicht gemischt. Aber trotzdem kannst du mit den typischen Regenbogenfarben so viel schon schminken. Und vor allem mit Schwarz und Weiß auch. Von daher sind das eigentlich so die perfekten Einsteigerfarben. Genau. So, bevor es zu den Pinseln endlich geht, zeige ich euch noch unseren Glitzer. Wir haben nämlich jetzt auch Bio-Glitzer bei uns im Shop, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und zwar ist dieser Glitzer biologisch abbaubar. Das heißt, nicht aus Plastik. Der verschmutzt nicht die Meere mit Mikroplastik. Sondern, ja, baut sich wie gesagt von selbst ab. Ist aus pflanzlicher Zellulose und definitiv nicht umweltschädlich. Von daher kann ich euch den Glitzer nur ans Herz legen. Der ist auch richtig schön am Funkeln. Wir haben den in drei verschiedenen Ausführungen. Einmal in einem feinen Silber. Dann in einer normalen Glitzergröße. Und als letztes noch so eine Schanky-Mischung. Da sind viele verschiedene Glitzerpartikel drin. Große, kleine. Dass das so einen schönen Schimmereffekt gibt. Für Festivals zum Beispiel ist der perfekt. Wir haben den jetzt erstmal in der Farbe Silber drin. Weil ich mir dachte, Silber ist eigentlich eine perfekte Farbe. Das kannst du irgendwie für jedes Painting benutzen. Egal, welche Farbe es jetzt ist. Und wenn der bei euch gut ankommt, dann werden wir auf jeden Fall noch weitere Farben hinzunehmen. Genau. Yay! Und da ist schon alles voll mit Glitzer. Glitzer und Katzenhaare. Sie sind überall immer bei uns. Naja. Genau. Und hier sieht man einmal die verschiedenen Ausführungen. Mega cool, da eine schöne Auswahl zu haben. Für halt so feinere Strukturen von Glitzer. Oder halt für zum Beispiel Festivals. Oder eine richtige Glitzer-Eskalation. Diesen Chunky-Glitzer. Genau, da fand ich es eigentlich ganz cool, so verschiedene Größen zu haben für euch. Wir haben noch was cooles Neues im Shop. Denn es haben ja ganz viele Leute immer wieder gefragt, ob wir, also jetzt mal für die Leute, die Farben nicht kaufen. Gut, die werden jetzt wahrscheinlich bis hier gar nicht geguckt haben. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Auf jeden Fall haben wir jetzt bei uns im Shop auch Prints. Und zwar gibt es zu diesem Prints hier auch Autogrammkarten von uns. Von Tom, mir und den Kätzchen. Das sind nämlich hier so meine drei Favorite Paintings. Gut, mittlerweile habe ich tatsächlich sogar noch ein Favorite Painting. Und zwar dieses silberne Skelett. Aber das Steampunk Painting, das Night Owl Princess Painting und das Lavendär Painting sind so meine Lieblingsprints. Und dadurch, dass ganz viele immer gefragt haben, so hey, kann man nicht Autogramme auch von euch bekommen? Haben wir uns gedacht, ist das irgendwie blöd, wenn wir nur Autogramme im Shop anbieten und dafür dann Leute versandt und alles extra zahlen müssen? Weil wir können die natürlich nicht jedem einfach umsonst rausschicken. Auch wenn ihr die eigentlich, die Autogramme umsonst bei jeder Bestellung dazu kriegt und auch auf Messen natürlich umsonst kriegt. Aber wir müssen hier jedes Mal Porto und alles zahlen. Von daher haben wir uns gedacht, ist das eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn wir zu den Autogrammkarten halt auch noch diese Prints hier anbieten. Wie gesagt, sind das meine Lieblingsprints. Und ihr könnt uns sogar damit unterstützen. Es gibt natürlich zu den Autogrammkarten plus den Prints hier auch noch Pushl & Salem Aufkleber dazu. Genau. Und eine kleine Überraschungskarte. Die seht ihr aber nur, wenn ihr die bestellt. Und apropos unterstützen. Und zwar haben wir jetzt Patreon. Ja, wir haben es endlich mal hingekriegt, uns Patreon zu machen. Ganz viele andere Künstler haben ja auch Patreon. Das ist eine Seite, wo man Künstler unterstützen kann und dafür halt extra Content kriegt. Und bei uns werdet ihr extra Content kriegen, wie zum Beispiel Skizzen oder Bilder, die ich gemalt habe, die sonst nicht öffentlich gepostet werden oder zu jedem Bodypainting-Video, was wir machen, gibt es natürlich auch immer etliche Fotos. Wir machen so bis zu 200, 300, 400 Fotos. Und es werden letzten Endes auf Social Media eins bis drei höchstens gezeigt. Die Leute bei Patreon sehen dann halt mehr von diesen Fotos. Oder zum Beispiel auch Paintings, die ich dann wirklich oben ohne anmale. Also wenn ich dann halt nur mit Nippelkleber meine Brüste und alles anmale. Weil auf Social Media ist das natürlich nicht erlaubt. Ja, Männernippel kann man sehen, Frauennippel nicht. Das ist auch so ein Ding. Da könnte man tausend Jahre drüber diskutieren. Für mich ist Bodypainting einfach wunderschön. Ästhetische Körperkunst und jetzt nichts irgendwie optionisches, billiges. Als Frau muss man sich meiner Meinung nach nicht für seine Brüste schämeln. Auch wenn manche verrückte Menschen der Meinung sind. Von daher, ja, haben wir uns gedacht, gut, ich liebe solche Paintings und mach die auch gerne. Von daher gibt es die leider noch auf Patreon. Weil es halt einfach sonst immer nur zu Problemen kommt auf YouTube, Instagram, Social Media. Zum Beispiel wurde unser Schneewittchen-Look wegen Gewaltverherrlichung auf TikTok gelöscht. Oder das Vanitas-Painting wurde wegen Nackdarstellung geclaimt. Und da hatte ich ja sogar so ein komplettes Tuch über meinen Brüsten und hab das dann angemalt. Also es ist halt, machste nix. Deswegen gibt es halt solchen Extra-Content dann halt auch nur auf Patreon. Und die Leute kriegen da auch früher Bescheid über unsere Projekte, wissen vorher, welche Farben rauskommen und so weiter. Genau, also wenn ihr uns da gerne unterstützen wollt, dann macht das gerne. Die Infos dazu gibt es auch nochmal in der Infobox. Und damit würde ich sagen, Tom, du hast das letzte Wort. Ja. Klasse. Gut. Und dann scheiß und guck bei Twitch vorbei. Willst du nicht wenigstens einmal Hallo sagen, Tom? Och, ich bin müde. Bisschen Süßling. Und dann drei Uhr nachts auf, was soll das denn? Ich will schlafen jetzt. Dann drei Uhr nachts, was ist das schon wieder passiert? So, hier Twitch auch noch anklicken. Ist das nicht süß? Mit meinem Pulli, dieses kleine Schwein schon wieder. Das ist nicht dein Pulli. Das ist mein Pulli. Das ist mein, dein. Das sind doch nur die Sachen. Ja, auf jeden Fall kommt gerne bei Twitch vorbei. Da sind wir jeden Tag online und ich werde nächste Woche wieder anfangen, ein Acrylbild zu malen. Genau. Also wer Bock hat, checkt alles aus. Wie immer, einen Daumen nach oben nicht vergessen. Und schreibt mir gerne, gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen zu den Farben hier noch habt. Dass, wenn wir nochmal ein Video machen, ich so ein paar Sachen nochmal ansprechen kann. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit bei Twitch fragen, wenn ich gerade ein Facepainting mache. Zu den Farben oder irgendwelchen Pinseltechniken. Da müsst ihr einfach gucken, dass wir genau dann ein Facepainting machen und ich am besten die Farben alle am Start habe. Und übrigens, Sonntag gibt es ein mega geiles, vielleicht ist heute auch Sonntag, ein mega geiles Painting auf Twitch. Erst zocken Julian Bam und Tom ein bisschen oder gucken sich Reddit-Sachen an zusammen. Und danach gibt es ein Facepainting, was so in die Pastell-Gothic-Richtung geht und richtig cool wird. Also schaut vorbei und damit jetzt endlich auch. Tschüss. Tschüss.